Wer Bayern 4 Classic in Surround erleben will, kommt um den digitalen Empfang nicht herum. Übrigens, wer sein Fernsehprogramm über digitalen Satelliten empfängt, hat bereits eine Grundvoraussetzung dafür. Auch in viele Kabelnetze wird Bayern 4 Classic digital eingespeist. Nachfragen beim Kabelnetzbetreiber lohnt sich. Und schließlich, Surround Sound ist sowohl über Digitalradio DAB als auch beim Internetstream in MP3 möglich. Beide Techniken hat das Erlanger Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen entwickelt. Auf jeden Fall, man braucht auch eine Surround-fähige Anlage. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter www.bayern4classic.de Oder in einer Broschüre, die Sie bei unserem Hörerservice anfordern können. Telefon 089 5900 4646 Also, viel Freude mit Bayern 4 Classic Surround. Bayern 4 Classic Nachrichten 15 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Diana Gaul. Die Übersicht. Israel bereitet sich auf Bodenoffensive vor. Mieter müssen mit hohen Heizkosten-Nachzahlungen rechnen. Landtags-SPD fordert mehr musikalische Bildung in Schulen. Das Wetter meist freundlich. Gaza. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen fort. Das Militär bereitet inzwischen offenbar auch eine Bodenoffensive vor. Einem Kabinettsbeschluss zufolge wurden mehr als 6000 Reservisten einberufen, um die Angriffe zu unterstützen. Augenzeugen berichten von Panzern, die auf die Grenze zurollen. Am Vormittag feuerte die Hamas-Raketen auf israelische Städte. Beobachter glauben, dass die Hamas durch diese Angriffe die israelische Armee zu einem Bodenangriff provozieren will. In einem direkten Häuserkampf im Gazastreifen könnte die Hamas der gegnerischen Armee vermutlich hohe Verluste zufügen. Berlin. Zur Ankurbelung der Bauwirtschaft will der zuständige Bundesminister Tiefensee die Vergabevorschriften bei staatlichen Investitionen für Schulen, Kindergärten und Sportstätten erleichtern. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Fokus sagte der SPD-Politiker, damit die jetzt bereitgestellten Mittel schneller Verwendung finden könnten, müssten die Vorschriften für bis zu drei Jahre gelockert werden. Tiefensee verwies gleichzeitig darauf, dass ein Ministerium das Gebäudesanierungsprogramm und weitere Bauförderungen bis zum Jahr 2011 um drei Milliarden Euro aufgestockt habe. Berlin. Mietern drohen im Frühjahr hohe Nachzahlungen für Heizkosten. Der Deutsche Mieterbund rechnet damit, dass sie im Schnitt bei 30 Prozent liegen werden. Wie Verbandspräsident Rips erklärte, war 2008 das Jahr der explodierenden Energiepreise. So sei Heizöl im Schnitt um 30 und Gas um etwa 20 Prozent teurer geworden als im Vorjahr. Die Zeche müssen nach Angaben von Rips die Mieter bezahlen, wenn sie ihre Heizkostenabrechnung erhalten. Nach Berechnungen des Mieterbunds werden sich die Kosten für eine 80 Quadratmeter große Wohnung auf bis zu 1300 Euro belaufen. Passau. Nach zahlreichen weiteren Befragungen zum Fall Mannichel hat die Passauer Polizei noch immer keine heiße Spur. Am Wochenende haben nochmals einige Nachbarn des Polizeidirektors ausgesagt, sie konnten aber keine wertvollen Hinweise liefern. Die Beamten haben jetzt offenbar die Personalien eines weiteren Zeugen, der zum Zeitpunkt des Messerattentats mit einem Kinderwagen in der Nähe von Mannichels Haus spazieren gegangen sein soll. Der Mann konnte noch nicht befragt werden, offenbar ist er im Urlaub. München. Die SPD im Bayerischen Landtag fordert eine bessere musikalische Bildung in der Schule. SPD-Bildungsexperte Strobel regte an, der Freistaat solle das Modellprojekt Jedem Kind sein Instrument übernehmen, das in Nordrhein-Westfalen bereits läuft und in Sachsen geplant ist. Dabei lernen Kinder schon in der ersten Klasse mehrere Instrumente spielerisch kennen. Die Instrumente sollen den Schulen geliehen werden. Bangkok. Einen Tag vor der Antrittsrede des neuen thailändischen Ministerpräsidenten Veja Jiva haben wieder tausende Menschen in Bangkok gegen dessen Regierung protestiert. Die Zufahrt zum Parlament war zeitweise blockiert. Mehr als 3000 Polizisten waren im Einsatz. Die Demonstranten riefen Parolen wie, wir lieben Taxin. Damit meinen sie den früheren Regierungschef Taxin, der im Jahr 2006 gestürzt wurde und seitdem im Exil lebt. Er steht unter Korruptionsverdacht, ist aber vor allem bei der armen Bevölkerung auf dem Land sehr beliebt. Semmering. Die Österreicherin Katrin Zettel hat den Skiriesenslalom in Semmering gewonnen. Auf Platz 2 kam Manuela Mölk aus Italien vor der Schweizerin Lara Gut. Maria Riesch, die nach dem ersten Durchgang noch fünfte war, ist auf Rang 9 zurückgefallen. Katrin Hölzel wurde elfte. Caroline Fernsebner aus Ramsau musste nach einem Sturz in ein Krankenhaus nach Insel geflogen werden. Sie hat sich am Knie verletzt. Das Wetter in Bayern? Ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Skandinavien bestimmt weiterhin unser Wetter. Dabei gelangt von Osten her kalte und zunehmend trockene Festlandsluft zu uns. Nachmittags bei Höchstwerten von minus 6 bis plus 2 Grad überwiegend sonnig, weiterhin lebhafter Ostwind. Nachts Tiefstwerte um minus 7 Grad. Morgen Vormittag örtlich Nebel- und Hochnebelfelder, sonst viel Sonne bei minus 3 bis plus 1 Grad. Die Aussichten bis Neujahr. Sonniges Hochdruckwetter nur jeweils am Vormittag vereinzelt Nebel und Hochnebel. Winterlich kalt mit Werten um 0 Grad. In den Nächten mäßiger bis strenger Frost. Es ist 15.05 Uhr. Schumann und Schubert sind die beiden Komponisten der kommenden Stunde hier in Bayern 4 Klassik. Wir hören das Forellenquintett von Franz Schubert und zu Beginn die Papillon Opus 2 von Robert Schumann. Der Interpret dieser Aufnahme aus dem Jahr 2007 ist Martin Rasch.